Deutschland und 17 weitere der insgesamt 31 NATO-Staaten werden das 2-Prozent-Ziel für Militärausgaben in diesem Jahr erreichen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Mittwoch in Brüssel, 18 Alliierte erfüllten diese Vorgabe im laufenden Jahr. Aber einige Partner hätten noch einen Weg zu gehen. Die Ausgaben der europäischen Partner würden sich auf insgesamt 380 Milliarden Dollar summieren, sagte Stoltenberg vor Beginn der Beratung der NATO-Verteidigungsminister. Insgesamt lägen die Ausgaben der Partner bei 600 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 11 Prozent entspreche. Deutschland hat damit erstmals seit Anfang der 1990er Jahre das 2-Prozent-Ziel eingehalten. Und die entscheidende Frage wird sein, da haben Sie völlig recht, was passiert ab 28, wenn das Sondervermögen aufgebraucht sein wird? Darüber zerbrechen sich jetzt die Haushälter den Kopf und das ist auch notwendig, mit welchem Modell und mit welchen Einnahmestrukturen das gewährleistet werden kann. Das ist aber heute noch zu früh, das zu beantworten. Für Wirbel sorgten in diesem Zusammenhang Äußerungen des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vom Wochenende. Er würde etwa von Russland angegriffene NATO-Staaten, die ihre Verpflichtungen bei den Militärausgaben nicht nachkämmen, nicht verteidigen, hatte Trump gesagt. Sie kennen mich inzwischen, ich halte nichts von aufgeregten Debatten zur Unzeit und erst recht nichts davon, jedes Zitat aus dem amerikanischen Wahlkampf von jemandem, der Kandidat werden will, auf die Goldwaage zu legen oder gar nur darauf bezogen zu reagieren. Ich glaube, wir tun sehr gut daran, nicht ständig wie das Kaninchen auf die Schlange, auf den Präsidentschaftskandidaten, den möglichen der Republikaner oder auf die Wahlen zu schauen, sondern unsere Hausaufgaben zu machen. Das ist in den letzten zehn Jahren nicht immer ausreichend passiert. Jetzt nehmen alle Europäer Fahrt auf und das ist das entscheidende Signal. Stoltenberg betonte, eine starke NATO sei auch im Interesse der USA, weil es die Vereinigten Staaten stärker mache. Er erinnerte daran, dass die Allianz in ihrer Geschichte bislang nur einmal Artikel 5 des NATO-Vertrages zur Beistandspflicht aktiviert habe. Nach den Anschlägen auf die USA vom 11. September 2001.